Hey, meine Raborken und herzlich willkommen bei Raborken in Minecraft. Heute sind dabei Elina. Hallo. Und ein Haufen andere Randoms. Also, Jodas. Hallo. Logo. Hallo. Es wird wild, es wird wild. Tim ist mal wieder dabei, Tim Traude. Hey, okay, das waren alle. Wir legen los, let's go. Ich kann nicht starten, scheiße. Oh, mute den, Leute, alle mute. Mute den. Okay. Was stand der jetzt bei mir? Was bin ich? Ich bin Crewmate, oder? Located. Also, wir haben gar nicht erklärt, wie das überhaupt funktioniert, Alter. Also, wir sind bei Among Us in Minecraft. Wir können die Task locaten. Jetzt haben wir Electrical located. Das ist direkt lo... Bin ich jetzt hier direkt richtig, Alter? Oh. Okay, das war aus Versehen. Ich wollte das gar nicht machen. Ich hoffe, ich bin. Ich auch. Es war aus Versehen. Ich wollte nicht nix machen. Electrical. Jetzt müssen wir hier gucken, wo ist Electrical. Okay. Oh, das ist übelst kompliziert hier, Alter. Man hat ja gar keine richtige Map. Warte. Jetzt gucken wir da. Das heißt, wir müssen nach rechts. Wir müssen hier lang, glaube ich, Alter. Man kann nicht mal sprinten. Man ist so langsam. Bewegt sich meine Figur auf dem... Ah, hier ist Map Bay. Ah, ich bin... Ah, guck mal. Meine Figur bewegt sich. Jetzt bin ich Upper. Oha, der lernt man die Map richtig kennen. Jetzt hier. Ich muss da wirklich durch die ganze Map für Electrical, ne? Um die Aufgabe zu machen. So. Oh, einer hat die Aufgaben gemacht. Irgendeiner war schlauer als ich. So. Electrical. Wir sind bei Electrical. Hier muss ich jetzt irgendwo eine Aufgabe machen. Ist das die? Müssen wir die machen? Ne, die müssen wir... Oh, moinsen. Ah, hier müssen wir jetzt drücken, oder was? Ne. Ah, hier. Ne. Welche muss ich denn jetzt hier machen? Ich verstehe, die Spiele nicht. Oh. Mikrofon activated. Wer ist tot? Ich nicht. Oh, okay. Der war, wenn man Cafeteria runtergeht, zu Edmund. Da war er. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe nicht verstanden, wie man Aufgaben machen kann. Ich stand davor. Du musst den Knopf rechts klicken. Ja, du bist so. Haha. Jonas, hast du Logo gefunden? Nein, Elina hat ihn gefunden. Ich, ich habe ihn gefunden. Ach, du hast ihn gefunden. Oh, Lack. Ja, ich habe ihn gefunden. Guck mir in die Augen, Elina. Lügst du? Nein, ich lüge nicht. Ich habe ihn gefunden. Fabo, guck mir in die Augen. Lügst du? Ich habe doch gar nichts gesagt. Fabo lügt. Sehr verdächtig. Na, Spaß. Ja, okay. Ah, hier steht ja. Okay, Elina hat Logo gefunden. Ja, sieht man doch. Wo steht er? Ach, da. Ich habe... Chat. Wartet. Ich habe gesehen Fabo und Elina. Ich habe Fabo und Elina gesehen. Und ich habe Jonas gesehen. Kommunikations. Ja, richtig. Ich nicht. Ich war die Electrical. Ich habe euch bei Electrical gesehen. Ich bin gerade in den Kommunikations reingerannt. Niemand hat Traudel gesehen. Also hat niemand irgendein... Ja, stimmt. Ich habe Traudel auch nicht gesehen. Aber Jonas hat mich auch nicht gesehen. Ich habe Jonas aber gesehen. Ich wüsste gerne, wo du mich gesehen hast. Aber Ben, du hast mich in den Electrical gesehen eigentlich. Ach, dann habe ich dich gesehen. Ich habe Jonas auch in den Electrical gesehen. Ah, nee, dann habe ich Fabo nicht gesehen. Aber wie hast du mich gesehen, Elina? Also ich habe Elena gesehen und Elina hat mich auch gesehen. Als ob ich dich jetzt anlüge, dass ich dich in Electrical gesehen habe. Okay, ich skippe. Bei mir ist es jetzt an der Stelle egal, wer wen gesehen hat. Tschüss. Ich wollte wieder Ben. Warum, Alter? Hä? Bei mir stehen da keine Namen. Ja, dann rate. Bei mir, weiß ich nicht. Jetzt kann ich wieder zu Electrical laufen, Alter. So, jetzt kriege ich es hin, Leute. Das ist die allererste Runde Among Us in Minecraft ever. Wir haben hier noch kleine Startschwierigkeiten. So, also Button drücken. Rennt mir einer hinterher. Ich kann ja nicht mehr Emergency drücken. Ich habe aus Versehen schon Emergency gedrückt, weil ich dachte, das ist... So, ich muss jetzt hier den Button drücken. Ich drücke jetzt hier einfach den Button. Ja, wenn er in Persilien nüscht. Nee. Ah, hier ist ein... Ah, ich bin in der Aufgabe drin. Okay, ich habe es, ich habe es, ich habe es. Was muss ich machen? Reset. Ah, hier ist Glas. Hier ist Eisen. Ah, ich muss wahrscheinlich irgendwie... Okay. Kann platziert werden auf hellgrüner Beton. Das heißt, das muss da hin. Ah, Task komplett. Ich habe es geschafft, Leute. Ich bin der beste Bargabspieler ever. Locate Task. Reaktor. Na, am besten macht es wahrscheinlich Sinn, dass man irgendwie was kriegt. Ich brauche Lower Engine. Kann ich zu Lower Engine skippen? Storage Admin... Ah! Gehen Sie weg, Herzraude. Manche will Lower Engine. Okay, Lower Engine scheint es nicht zu geben. Reaktor. Wo ist Reaktor? Ah, Reaktor ist eh gut. Reaktor gehen wir... Hauen Sie ab, Fabo. Gehen Sie weg. Macht Fabo eine Aufgabe? Oh, Fabo. Das war übelst aufwertig. Nein! Jawohl! Ich wusste, dass du es bist. Alter, weil du so lost da rein und raus gerannt bist. Das hat Fabo stark gemacht, muss man fairerweise sagen. Wir sind bei Runde Nummer 2. Wir müssen nach O2. Okay, das heißt, ich gucke jetzt da. Das heißt, ich muss nach links. Ich muss hier. Bald kenne ich mich so gut auf der Map aus. Das bringt mir auch voll viel im Normalen. Alter, das war übelst auffällig von Tim. Das war so auffällig. Der wird mich safe jetzt töten wollen. Hier ist auch eine Aufgabe. Ich bin hier gar nicht. Ich glaube, das ist nur Deko. Äh... Shields? Ich bin... Oh! Ja, geil mit seinem Kopf, Alter. Ja, der ist es nicht, oder? Das ist viel zu auffällig. So, wir müssen zu O2. Ist das hier O2? Das ist auch nicht O2. Leute, ich habe... Ah, ich bin bei O2. Wir haben es. So, leuchtet hier irgendwas? Ah, hier. Bumm, wir sind in der Aufgabe drin. Äh, Hebel. Bumm. Ah, wow. Das wäre mega cool. Okay, Hammer. Nächste Aufgabe. Storage. Äh... Storage müssen wir hier nach... Oh, ne. Oh, ne. Ich meine, wir sehen, wie eine Leiche aussieht. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Kann ich jetzt eigentlich auch einfach hier noch eine Aufgabe machen? Nee, das geht nicht. Ich muss zu der Aufgabe, die ich selected habe. Okay. Ich muss jetzt einmal durch zu Storage. Wir sind mal bei Storage. Sieht man eigentlich, wenn andere ihre... Ich mache eine Aufgabe drin. Ja, guck. Ah, wieder Müll. Easy. Ich habe eine Aufgabe gemacht, Elina. Hast du gesehen? Nö. Schön. Reaktor. Okay. Jetzt einmal hier durch. Das ist viel anstrengender als das normale No-Jog. Man muss voll lang überlegen, wo man lang geht. Hier wurde doch safe schon einer getötet. 100 Prozent. Oh, oh. Oh, oh. Elina. Ich laufe lieber Elina hinterher. Scheiß auf die Aufgabe. Ich habe Angst. Jonas. Jonas. So was von Jonas. Ich habe es auch gesehen, dass Jonas da drüber stand. Ich habe es auch gesehen. Jonas. Wie war Logo? Ist Logo wieder tot? Ja. Oh ja, der Arme. Wie heißt Jonas? Dönerröschen. Dönerröschen. Ach so, ja. Traudel ist es nämlich, glaube ich, nicht. Nee, Traudel war hinter mir. Jonas stand direkt auf der Leiche drauf. Passt auf, Leute. Ich habe alles gesehen. Traudel war hinter mir. Der ist also wirklich safe. Weil ich war zwischen der Leiche und Traudel. Und vor mir war Elina, die die Leiche entdeckt hat. Und Jonas stand daneben. Und Fabo habe ich nicht gesehen. Fabo hätte mich easy töten können, weil wir am Anfang relativ lang zusammen rumgelaufen sind. Jonas, was sagst du? Ist Jonas gemutet? Jonas checkt wieder das Leben nicht. Oh Gott, ich habe in einer Tour durch. Ich check beim Game gar nichts. Also, ich weiß weder wie man Leute tötet, wie man Leute reportet. Voting Time? Wie man irgendwas macht, keine Ahnung. Ja, es könnte wirklich sein, dass er es nicht gemacht hat. Oh, ich hätte nicht. Ich habe nicht. Ich sage bloß. Wir haben gewonnen. Okay, ich habe doch. Ich sage bloß. Genau. Oh Mann, ey. Also, es ist hier wirklich, also, ganz, 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 ganz wild, was man hier spielt. Communications. Sie müssen geradeaus runter. Alter, keiner checkt, wo man lang muss, ne? Wir müssen hier geradeaus. Jetzt sind wir in Storage. Das müssen wir hier lang. Und dann ist rechts Communications. Und dann können wir die Task machen. Ah, ich finde die Task voll. Ist das hier die Task? Geben Sie mir Communications. Da. Ah, hier. Hier muss ich hin. Ah. Download. Was muss ich hier machen? Bumm. Ah, okay. Ich muss warten, bis das durchläuft. Ah, mit Ver... Alter, ich bin ein Leichenspürhund. Könnt ihr mal chillen? Ich habe gerade eine heftige Aufgabe gemacht, wo ich heftig nachdenken musste. Ich war noch nie in einer einzigen Aufgabe drin. Also, wer immer Imposter ist, den klammern ich nicht. Es wird Zeit, auf jeden Fall Logo zu töten in der nächsten Runde. Oh Gott. Ihr könnt mich doch gleich aus dem Raumschiff werfen. Es endet eh gleich. Ich gehe eh gleich drauf. Warum ist die Voting-Time eigentlich so kurz? Das frage ich mich auch. Ich habe nichts gesehen. Warum fragen wir uns nicht, wer der Imposter ist? Ich habe nichts gesehen. Gar nichts. Ich habe nichts gecheckt. Ich weiß absolut nichts. Er war unter Weapons. Unter Weapons. Kriegt er irgendwie ein Schwert? Ich war Communications. Ich war Communications. Ich bin gerade Richtung Reaktor gelaufen. Vor mir war Logo. Der ist da auch gerade langgerannt. Okay. Dass Logo nicht tot ist, macht grundsätzlich Logo verdächtig. Ich bin es überhaupt nicht. Ich glaube auch, dass es Ben ist, aber ich würde skippen. Ich skipp. Tja, da werdet ihr euch ganz schön enttäuschen, muss ich sagen. Jetzt kann ich wieder zu dieser Mistaufgabe Storage. Entschuldigung. Ich bräuchte irgendwie Reaktor. Oh. Praktisch, praktisch. Das ist die falsche Aufgabe. Wie hier? Das ist auch die Falsche. Ah. Hör mal so. Okay. Boom. Achso, ich muss alle anmachen. Kriegen wir hin. Easy gemacht. So. Ich brauche irgendwie Storage. Oh. Ach, schon wieder. Alter, Elina, du findest. Ich hab noch nie eine Leiche gesehen. Ich finde sie alle. Er war. Ich glaube, Elina ist es selber. Nein. Er war in O2. Das könnte sein. O2 oder O2 oder was. O2. O2. Ich bin übelst safe, weil ich war Reaktor. Das könnte dann. Cafeteria. Bravo gewesen sein. Du kamst doch Richtung Weapons. Also ich war auch gerade in Cafeteria und habe gerade die Task gemacht. Ich glaube, dass Elina die ganze safe reportet. Das könnte auch sein. Nein, nein, nein. Du warst doch der Einzige, der mich gewartet hat. Das macht dich eigentlich sehr vergänglich. Nein, Elina hat mich gewartet. Ich hab geskippt. Nein, das war ich. Aber ich bin unschuldig. No, believe me. Fabo ist da gerade rausgekommen. Ich wollte Fabo. Ich wollte Fabo. Hey, habt ihr das gesehen? Ja, Fabo ist da gerade rausgegangen. Nein, das gibt eine Rüge. Okay, ich glaube safe. Oh, das ist irgendwie, das war gar nicht spannend. Aber ich habe nichts gesehen. Gruppenzwang. Heißer, die sind übelst die Luschen-Imposter. Es wird mal Zeit, dass ich das bin und mir aufräume. Ich habe nur Logo umgebracht, so wie ihr es wolltet. Ich war eh beim falschen Task. Ich habe nicht eine Aufgabe bis jetzt. Der Imposter kann sich sowieso acht Minuten Zeit lassen, eins zu killen, weil eh keiner reiht, wie man die Aufgaben macht. Hä, ich mache die Aufgaben immer? Ja, ich auch. Aber Alter, wer fliegt hier gerade vom Stuhl? Mikrofon aktiviert. Mikrofon muted. Jetzt wird es interessanter, Mente. Okay, wir machen die Task. Wir müssen electrical, müssen wir beziehungsweise sowieso nicht, weil es uns nicht juckt. Ich will mal auf die Karte gucken. Wo ist electrical? Wo ist denn electrical? Hä? Ich sehe es von real nicht. Aber, ah, Security. Ah, da ist electrical. Meine Güte, Alter, das ist aber die halbe Wissenschaft gewesen. So, was ist das jetzt hier? Da kommt jetzt, ah, okay, da kommt das Kill-Symbol. Okay, got it. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil tatsächlich die Aufgaben sind schnell gemacht. Die sind sehr schnell. Man kann halt nicht wenden. Das macht es tatsächlich sehr schwer. Oh nice, dann kann man killen. Oh, das ist jetzt so auffällig. Wenn mich jetzt einer sieht, dann war es das aber sowas von. Nein, V.O. hat mich direkt gesehen. Das ist so bitter. Ben, ganz grün. Hä, was hast du gesehen? Ich und Jonas haben es gesehen. Ben ist aus electrical raus und ich und, äh, Jonas sind rein. Und dann lag da eine Leiche. GG Ben. Hä, habe ich nicht gesehen. Weird talk. Ich habe eine Aufgabe vorhin gemacht und bin wieder raus. Ich glaube es auch. Hä, du bist es safe wieder, weil die Map verbuggt ist. Nein, nein, nein. Deswegen hast du auch direkt gesagt, dass ich es war. Ich habe mich extra umgedrückt und habe so geschlagen, dass da eine Leiche liegt. Äh, ich habe mich nur gesehen. Ja, aber wo lag die denn? Ach, scheiße. Ich habe Ben gesehen, dass er raus ist, aber ich habe es echt nicht gesehen. Ach, du Scheiße. Ja, Fabo Self-Report oder was? Nein, es ist Ben, bitte. Hä, aber ich habe vor mir keine Leiche gesehen. Fabo hat auf jeden Fall nicht gekillt. Das hätte ich gesehen. Guck Ben, ha, Idiot, du hast dich verraten. Hä, ich habe keine Leiche da gesehen. Ich war vorhin, habe vorhin die Aufgabe gemacht, wieder rausgezischt. Welche Aufgabe war das denn? Ja, da musst du so Repeater platzieren. Bumm, bumm, bumm. Also Verstärker. Nee, Ben, es ist Breedock. Fabo, du bist es eh, weil die Map dich immer wählt. Ehrenlos, wer für mich gewartet hat. Ja, wie, oh mein. Ja, aber Ben, es ist, wie heute die Mom- Junge, wie habe ich mich da, wie habe ich mich da noch rausgewunden, Alter? So, Electrical. Hier müssen wir wieder Electrical. Fabo denkt so, dass ich's bin, Alter. Natürlich bin ich's, ich bin da rausgerannt und da lag jemand tot. Wen habe ich überhaupt getötet? Die Dina, oder? Ich tötere jetzt nicht dich. Na, ich muss eigentlich Fabo töten, ne, weil er in der Arbeit... Es ist aufwendig. Auf der einen Seite muss ich Fabo töten, auf der anderen Seite ist es halt dann auch wieder... Warte mal, wo muss ich denn jetzt hin? Hat er erst die Aufgabe gemacht, ey? Alter, Fabo, hier kann man so penetrant sein, Alter. Jo, wie soll ich denn jetzt hin, warte, okay. Ich glaube, es ist clever. Geh auf Risiko. Ne, das ist übelst auffällig, wenn ich da so sneaker. Ai, 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 Leute. Okay, mich hat keiner gesehen. Ich mache Emergency aufs... Ich mache Selbstreport, ich mache Selbstreport. Ich mache Selbstreport. In Admin. Ja, Selbstreport, GG. Ich warte Ben, weil das immer... Junge, Fabo, Alter, hä, du bist es. Ja, bin ich, oder? Ja, weiß ich nicht, vielleicht, bist du's? Also, ich glaube nicht, dass er es ist, auch wenn ich ihn gerne voten würde, weil Fabo mich, glaube ich, bis jetzt jedes Mal das allererste gekillt hat, wenn er ein Poste war. Vor allem, wenn ich in Aufgaben drin war, absolut ehrenlos, möchte ich anmerken. Als ich Electrical raus bin, ist Ben Richtung... Ja, weil ich habe dich auch gerade eine Aufgabe machen, sie in Electrical, da hätte ich dich auch kicken können. Mich? Nein, Jonas. Da standen drei Leute. Nee, du bist doch rausgegangen dann. Nein, Lüge. Hey, nee, war keine Lüge, ich war alleine mit Jonas. Fabo kam auch von Reactor, als ich aus Electrical raus bin, also... Also, die Leiche war... Navigation. Sagte ich gerade noch Admin? Nee, oder war es Admin? Du warst gerade in Solch, du warst gerade in Solch. Nee, es war Admin, nee, 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 es war... Doch, doch, es war Admin, es war Admin. Und dann bub, bub, zack, zack, zack. Es war Admin, aber ich bin gerade aus so einem Button gekommen. Es ist Dr. Banks, Alter. Für mich ist es immer noch Ben. Ja, Ben, du bist jetzt auf jeden Fall rausgevortet. Das finde ich... Ey! Weil du nicht geskippt hast, Ben, selber schuld. Mann! Doch, ich hab gespielt. Aber jemand anderes hat nicht gewortet. Ja, ich hatte nicht gewortet, ich war mir unsicher und dann war Ende. Ja, wenn man unsicher ist, dann skippt man. Ja, das war gelogen, Tim, deine Mama hat angeklopft. Das war Among Us in Minecraft, ich hoffe, euch hat's sehr gefallen. Abonniert meinen Kanal, lasst ein Like da, schaut gern bei allen Gästen vorbei. Also, da glaube ich, also am Eno, doch, es haben drei, sogar YouTube. Schaut da gern vorbei. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, wir sehen uns, haut rein, euer Benzern. Tschüss! Tschüss!